so hallo und herzlich willkommen zurück hier zu bioshock ja diesmal wohl so ziemlich das letzte mal in diesem menü ja jetzt bleibt ein dlc übrigen das wäre kampf in den wolken daher nach ja ich habe auch ein neues mikrofon das jetzt mal hier im test ich weiß nicht wie es ist ja vielleicht höre ich mich auch ein bisschen anders daran vielleicht sind ein die geräusche besser wo sonst waren ja mal schauen also ihr könnt mir natürlich gerne feedback geben so jetzt machen wir hier kampf in den wolken hier ja mal schauen wie viele folgen ich da mache da ob das irgendwie ein ende findet die archäologische gesellschaft kolumbiens kolumbias bis zum streit erfahren geschickt in der hohen schule der keilerei erweise dich als würdig verdiene silveregels in dem nur gegner aha ok da wärmer ja free samples aber moment mal ist es jetzt ein neuer halt mal beenden uns die hauptmitte ja ich wollte eigentlich ein neues spiel starten das habe ich da mal rein getestet so zwar das hier kampf in den wolken naja gut ich glaube das kann man nicht löschen irgendwie ja gut ich habe das schon ein bisschen vorgetestet aber mal schauen können wir hier irgendwie emporio arcade besten listen der guter brauche gerade groß reich reingucken da sind wir unter den letzten plätzen wahrscheinlich ja aber ich möchte es irgendwie zurück was macht ihr so komisch ach der ventilator da oben der ist aber laut ey dessen wollte ich nicht im zimmer haben der wäre mir zu laut gleich in the clouds was passiert da ich das macht wie jetzt mr flag ist auch dabei aber ich bin viel besser ja gut ich habe das mal ein bisschen angezockt hier ich habe mir schon ein paar waffen gekauft allerdings noch nicht freigeschaltet ja der patriot schlau kopf und schwach kopf theater freischalten ach das kann man auch mit geld was soll das bringen begibt dich zu ops ziel da habe ich drei solche blauen dinger gekriegt ja was passiert jetzt versuche dich an der bluten herausforderung einen ansehenden geldbetrag zu verdienen okay moment mal was ist das hier für den kampf aber noch nicht bereit für den kampf gegen soldaten bluten besiege die welle nur mit skyline angegriffen aha das meine ich mit ihr blue ribbon kriegt man eben nur wenn man das hier so macht wie es da steht normalerweise kann ich jede waffe einsetzen nur um das level durchzuspielen so das ist also jetzt hier clash in the clouds hier kann ich deckung machen irgendwie ist das spiel recht laut oder kommt mir das nur so vor mal kurz sind die audieeinstellen gucken ja noch vorbei ich habe es eigentlich alles so wie ich es immer hat aber wir machen es mal ein ticken leiser zurück so ok mit zehn kids riss öffnen was gegen da ist das salze was der heilige geist moment hat mal acht hat geklappt ich muss jetzt hier skyline eingriffen machen ja ist ja schon recht schießt mich alle tot so haben wir warte mal ich muss wieder an die skyline der heilige geist ist es doch haben nachladen ist was für weicheier doch mal vor nö packt die nicht so könnte schon aber das war elisabeth ach die sind ja auch da oder nicht so internet moment 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 ach ja nee das gibt ja zu viel dreck hier also was lieber ach da aha auf wiedersehen ich habe sie geschafft die herausforderung welle absolviert ja so ist das hier rückkehr in ein paar sekunden ok ja da hast du nicht mehr viel zeit und aus eins haben möchte 48 das war nicht viel für machten resultaten besiegen wird ein schild schaden wie geht es jetzt ewig weiter oder wie sehe ich das hallo kann ich ja irgendwie wiederbelebung einzeln kaufen nee warte mal als wieder hinterm raum hier nächste welle ach so das hat mich gleich hierhin gesetzt ja weil normalerweise was das hier zurück zur archäologischen bist du sicher dass sie verlassen möchtest ist dass wir bei welle 1 wie wieso ja ist mir egal lalala halt dein mund du komischer patrioto so so ist das also wie gescheitert willst du mich jetzt veräppeln warte mal ja gut wir waren ja noch nicht fertig ja ich habe das nur mal ein bisschen angetest damals da komme ich nicht rein wieso denn das kann ich mir halt aufkaufen hier kann man sich zb wigos kaufen hier ja killer kann so weiter wie man es auf dem spiel eigentlich her kennt so was ist das die archäologische und hier kann man sich die ganzen kinetoskope hier kaufen zum beispiel was spielt denn der klavier ticketing ach das ist das arbeiterlied sozusagen wobei finkton irgendwie mal gespielt worden ist ja aber songbird modell freischalten wow your very own songbird let him watch over you lass ihn über dich wachen ach hier kann man auch noch sachen hinstellen guckert evit modell freistellen 500 dollar luftschiff parade da haben wir noch viel vor ja ich weiß wirklich nicht ob ich das format hier machen werde oder nicht aber ja wein und man kann hier ja immer wieder zurückkehren in den raum hier ach ja halt doch daran will keiner wissen ok warte mal jetzt verstehe ich dass das ist die herausforderung nicht kann zum beispiel hier hin duk und dem witz theater also der schlagkopf und dummkopf hier und hier war ich mal drin aber muss halt dann wenn man zurück geht die wellen wieder machen ne so ja das skyline aber muss ich das jetzt nochmal machen oder zählt es jetzt nicht mehr naja wir gucken mal so wo sind sie denn die gegner lalalala ich fahr hier mal durch die gegend hat die haben mich nun jetzt hier wahrgenommen oder was aber jetzt ruhe dollar pro kill echt das ist aber nicht viel wer kriegt mich komm nur her moment mal was doch ich kann zielen ja ich wollte eigentlich gerade töten aber ja das machst du vielleicht wenn ich dir aber zuvorkommen hast du pech gehabt war daneben ist ja dann lad halt mal nach kann ich dir auch nicht helfen wenn du das musst ja dann geh halt näher ran nö das machst du nicht halt umdrehen richtungswechsel ja pech jetzt hat die augen offen gelassen ist ham so sagen wir haben wir haben da was auf die klaviert hast du hier so klimm was elender da nö ich will doch nicht hier so ja gut das heißt es wieder abgeschlossen aber was soll das jetzt hier 80 spieler punkte okay ich kehre jetzt wieder zurück aber ja ich check das noch jetzt so ganz ach so jetzt die nächste welle ah ich muss da durch den riss gehen ah verstehe jetzt kann ich mir hier zum beispiel da waffen raussuchen ich weiß allerdings jetzt nicht was wollen die in der nächsten welle stand es da gerade habe ich es dummerweise gerade nicht gelesen äh was ist denn das hier turn crank was heißt denn crank kann man da was machen ne ach da kommt immer wieder mal was raus ah aber hier kann man zum beispiel jetzt schnelleres nachladen und so weiter kaufen das ist eigentlich so wie im spiel halt hier aber dass man halt alle sachen hat hier ja manche sind schon ganz schön teuer so ja so nächste welle starten was ist die herausforderung äh ja und was ist jetzt die herausforderung kann man das hier irgendwo nachlesen nö ja ich weiß nicht was die voraussetzung ja äh herausforderung ist ja das sagt er mir jetzt nicht mehr immer noch skyline angriffe oder wie das ist jetzt auch nur die karte immer hier zack ja ich weiß es jetzt nicht ich probier's mal wieder mit skyline angriffen äh moment umdrehen gleis wechsel aua da war doch einer oder nö der ist abgehauen dann nehme ich halt mal dich ach kalt ja dann hol dir eins ich stehe nicht so auf kälte wollte ich nur noch sagen ne lad mal das schild nach komm auf geht's jawoll stirb selber aua das kannst du nicht machen junge kannst du nicht einfach auf äh ganz liebe leute schießen was stimmt 10 dollar für ein kill echtes umdrehen richtungswechsel wisst ihr was ihr könnt so oft nachladen wie ihr wollt aber ja ich stehe dazu was hab ich hier los seid ihr bei cspo oder was so jetzt hier mal angriff vielleicht ja wie soll ich die angreifen ja jetzt hat mich ach ja nö in rückenfall ist gemein nö vergesse es so bitteschön einer ist noch da oh nein nicht auf ihn haha so ah naja gut okay welle absolviert nicht absolviert sondern absolviert ne so rückkehr in paar sekunden hui ja so geht es mach die sie öffn mach die bereit für den kampf gegen soldaten besiege die welle nu mit skyhoog attacken und der schrotflinte Schrotflinte. Äh, Schrotflinte? Mit Skyhook-Attacken? Moment, das heißt sowas hier, ne? Habe ich eine Schrotflinte? Nein. Aber ich kann mir eine holen. Warte mal. Äh, Schießeisen oder Schrot? Schrotflinte hat es geheißen, oder? Aber Schießeisen ist auch eine Schrotflinte. Ich weiß es nicht genau. Ich nehme mal lieber das so. Okay, ich darf keine andere Waffe benutzen wie das hier, oder? Den Haken. So, äh, wo bin ich denn? Hier. Okay, äh, hl. Warum stehen da so blöd da oben? Fupp. Äh, äh, äh. Ja und, dann freut den Kopf, dann Lucha. Nö, werd ich nicht. Famm, ich steh nicht so auf Nägel. Nein, ich geh nicht auf den Boden. Da ist dreckig. Bäh. Ja, das Ding ist natürlich nix hier auf der Entfernung. Ah, jetzt ist mein Schild kaputt gegangen. Ja, ich hab dir schon mal gesagt, vorladen ist besser wie nachladen. Oh, aber, 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 ja, ich stehe aber dazu, hab ich gesagt. Mir nicht. Ah, du sagst, du hast mich erschreckt. Ich kenne das Treffer. Aber klingt mal Heilung. Was? Was? Nö. Das ist überhaupt nicht meine Schuld. Ich glaub, du träumst ein bisschen. Äh, da wo du nicht bist. Ganz einfach. Doch. Na dann. Fertig. Oh, sehr schön. Kann ich nur nicht nehmen. Äh, Riss öffnen, Riss öffnen. Was gibt's da? Was ist das? Feuerwerkskörper oder was? Was? Lektion? Ja, dann kommt doch mal her, ihr komische Witzfiguren, ihr. Nein, nur letzte Warnung. So, bitteschön. So, das hast du davon. So, gebt mir noch ein bisschen Geld hier. Jawohl. 100, äh, 540 hab ich jetzt schon hier, Punktzahl. Aha. Ja gut, auf die Punktzahl kommt's ja nicht an. Äh, besiege die Welle nur mit Maschinengewehren oder der Gatlingan. Ähm, ach so, Maschinengewehren. Die haben Salbengeschütze. Äh, b-b-b-b-b. So, ähm, Maschinengewehre. Äh, gehört die Börstgande auch dazu? Ich weiß es nicht. Der Repetierer ist ein Maschinengewehr, auf jeden Fall. Warte mal. Wechseln, eh. Weil ich kann ja im Prinzip jetzt alle Waffen nehmen, die ich, die ich gern habe. So. 700, noch was hier. Was haben wir denn hier? Äh, erst mal gucken, Schautflinte war das, ja. Äh, gibt's vielleicht was für den, äh, Maschinengewehr hier. Naja gut. Schaden um 25%, das können wir mal nehmen. Ja, wir müssen halt jetzt wie im Spiel auch die Waffen upgraden. Verkauft, ja. Äh, äh, viel Geld haben wir halt, ne? Das nennen Sie eine Knarre? Hä, das ist keine Kn- Doch, das ist eine Knarre, also sei ruhig. Okay, ich darf die Tesla-Dinger leider nicht benutzen. Ja, schön für dich. Komm her. So. Aua. Nö. Ah, verdammt. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst, dann ist man tot. Äh. Okay, jetzt kann ich den Rang verwerfen oder, äh, neu starten. Ich sag jetzt einfach mal Rang verwerfen. Ich weiß zwar nicht, was die damit meinen. Blue Ribbon, er ist vor allem gescheitert. Ach so. Hm. Alles klar. Ja, Pech, wenn das nicht stimmt. So, Kill. Äh, ja, danke. Ja, aber ich war nicht, gar nicht beschädigt, oder? Aua, wer schießt da von mich? Ach du da oben. So. Und ich mach dich warm. So, perfekt. Haben wir noch so einen Raketen-Fuzzi, oder wie sieht's aus? Der rennt da oben rum. Ja, ich glaub, der hat Raketen. Das gefällt mir gar nicht. So, ich hängel mich halt da oben ran. Äh, Moment. Ja, klar will ich das. Kann ich irgendwie bremsen? Elisabeth ist hier im Weg. Ah, perfekt. Ha. Der ging ja leichter jetzt, äh, äh, so wie anders. So, jetzt, zehn Sekunden waren das, glaub ich, bisschen rückkehren. Mal schauen, was jetzt passiert. Aber ich hab doch das Glue-Rippen jetzt nicht bekommen. Nur mit der Pistole und dem Revolver. Ah, aha. Ja gut, den Revolver hab ich gern. So, ähm. Pö, wo ist denn das? Ach, hier. Okay. Und, nein, nicht schlagen. Äh, am besten der Revolver, den mach ich am liebsten. So, da können wir, können wir da noch was upgraden hier für? Revolver, 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 Revolver. Aber, ja, das ist teuer, Mist. Nee, dann lassen wir das mal sein. Das machen wir noch die eine Runde. Und dann würde ich wahrscheinlich mal wieder, äh, Aufnahmestopp machen. Ein Gegner, warum nur einer? Äh, ist das noch nicht? Das ist ein Fettwanst. Ich hoffe nicht. Oh, nein. Nicht ein Handyman. Uah, der macht Aua. Hopp, dreh dich rum. Au, ah. Aua. Ah, der hupft da so. Nichts finden. Au, ah. Ja, bloß der, der, wenn ich mich jetzt an so ne. So, Herzschuss. Oh. Ah. Der explodiert ja immer, das vergesse ich noch immer. So, was hat er dann dabei? Ja, sehr schön. Beute. 125. Sehr schön. Ja, hat das jetzt gezählt. Ich habe aber keine Rippen bekommen, oder? Besiege ohne Waffen aufzunehmen oder Leichen zu blindern. Warum denn? Das ist langweilig. Das heißt, ich darf alle Waffen benutzen. Was nehme ich denn? Oh, jetzt liegen hier alle rum. Ja, jetzt habe ich hier alle Waffen herumgeschmissen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Tja, was nehme ich denn da schönes? Ach, die Burstgun. Die kann man mal nehmen. Ach, eine Runde geht noch. So. Was? Endstation? Ah. Ups. Äh. Metzil geht's? Ja. Aua. Ja, der Keperf. Danke, das war Rettung in letzter Sekunde. Äh, wo ist denn der? Ach, nö. Nicht wieder so ein... Au, das tut weh. So, Pitzle. Haha. Boah, noch so einer. Ernsthaft. Uh. Ja, da, wo du nicht bist. Ganz einfach. Au. Ich glaube, euch geht's dir umso gut, oder wie sehe ich das? Moment. Er ist weg! Ja, Pech für dich, hä? Nö, doch nicht abknallen. Abknallen ist gemein. Ja, wer will denn nochmal? Au. Boah, das zieht immer rein. Gut. Ja, gell? Äh, Elisabeth, ich könnte etwas Heilung gebrauchen. Was gibt's denn hier? Öffnen. Aber klar. Ah, perfekt. Nö. Keine Worte. Gut da. Ja, danke. Au, der leuchtet immer heim hier, der Kerl. So, jetzt machen wir halt mit der Pistole weiter. Aha. Ja, den Köpflaster war auch verloren jetzt hier. Ja. So. Welle absolviert. Ich will da immer komischerweise absolviert lesen. So. Ähm, okay. Mach dich bereit für den Kampf gegen Soldaten. Schaffst du den Zeloten, okay. Besiege alle Gegner und nutze dazu nur herein... Ach nee, hereingezungte Waffen. Das heißt hier nur mit Scope sozusagen. Ja, gut Leute, würde ich sagen, es war einmal eine Runde Kampf in den Wolken. Oder Clash auf, äh, mhm, Clouds oder so ähnlich. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.